Hey Leute und herzlich willkommen hier zurück bei BIOCHOK Wir haben gerade... was? Du kannst nicht aussteigen Und Tain wird dich finden Ah, scheiß auf und Tain Na, warte mal, wer da aufwegt, scheiß, du Idiot Oh, guck mal, hier kommen wir lang So Du hast es geschafft Und jetzt dann sollte es keine Ärger mehr geben Wir treffen uns weiter vorn Okay, ne Leute Ich muss gerade mal was einstellen hier Mit der Zauneinstellung Ähm Also wir haben ja im letzten Part Kamen wir eher langsam voran Aber haben wir jetzt diesen Wir sind nicht free man oder so gekillt So, Neptunes Bounty Okay Spiel gespeichert Und wir sind jetzt in einer neuen Area Äh, was war das gerade? Ich bin direkt vor dem Ubo-Sock Aber ich komme nicht rein Ich brauche deine Hilfe Ach, nee Scheiße, ich habe fast keine Muni Oh Oh Woher habe ich denn jetzt eine Schrottmunition? So, Schrott Was ist das? Das ist die Genwang Okay Hey, hey Ich habe Angst Schleichen, schleichen, schleichen Boom Boom Oh, warte Die mache ich jetzt hier mit Was ist denn das wie ein Scheiß? So Ich bin was Selber Selber Fast gestorben Treffen mit Fontaine So, mal halten Könnt ihr Sag mal Ja, also Ja, also Ja, also Ja, also Als ob der einen Tag in seinem Leben gearbeitet hätte Er sagt, wir treffen uns zum Delfen In der Babaracke, wo der Fisch abgepackt wird Ich gehe hin Und bring noch ein paar Jungs mit Echt viel schlimmer kann es nicht mehr werden Sera, ich finde den U-Boot-Hafen Drück auf den Schalter oben im Überwachungsraum und lass mich rein Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir uns mal kennenlernen Ja, warte mal, ich bin gerade noch ein bisschen dunnelig Schön, du hattest deinen Spaß, aber genug ist genug Wenn du diesen Knopf drückst, wirst du erfahren, was es heißt, mein Feind zu sein Der ist ein bisschen so wie Comstock Also, er ist ja eigentlich auch in Wahrheit Comstock Ups Das wollte ich gar nicht Mann Ich komme immer noch nicht richtig mit der Steuerung klar Hm So, was haben wir hier? Bandagen haben wir Alles kalt? Was ist denn das für ein Viech? Soll ich den wohl nicht drücken, Leute? Ich habe Angst Vielleicht will ich den gar nicht drücken So, was passiert jetzt? Hehehe Den wollte ich gar nicht drücken Ist da oben eine Sicherung durchgebracht? Ich kann hier drin überhaupt nichts sehen Gib mir einen Moment und ich hole dich da raus Moira Kannst du mich hören, Liebling? Hehehe Das war eine schlechte Idee Es ist so dunkel hier drin Wenn dein Freund nur nach oben schauen und dich sehen würde Vielleicht könntest du ihn machen Oder wenigstens immer Was tun du? Nein, 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 schau es, schau es, schau es Außer nur tatenlos zuzusehen Wir sterben Nein 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 Och ne, nicht ging es... Ah! Hau ab! Lass mich in Ruhe! Warum kann ich denn jetzt nicht anvisieren? Das ist doch kein Blödsinn. Wie hat er mich denn getroffen? Warglitch oder was? Hä? Och nö. Och nö. Ich will doch gar nicht. So. Weg sind sie. Oh! Er ist auch schon weg. Was ist passiert? Hau ab, wenn du kannst! Raus da! Wir treffen uns woanders wieder! Weg mit dir! So! Jetzt muss ich auch mal kurz gucken. Jetzt... Habe ich noch Munition für meine Pistole? Ne, habe ich nicht. So. Ja, dann... Hallo! Ist doch gut jetzt hier! Ja, dann mal. Hab da Munition für mich? Hab da mal ein bisschen Geld! Hab da mit Muni! Ich hab's nötig! Ich brauche es! Hallo! 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 Sag mal! Hab ich es dir erlaubt, mich auf irgendeiner Weise zu betatschen? Blöde Ziere! So eine Frauenkanne gehabt, du! So, warte auf! Warte auf! Ja, was ist denn da für ein Scheiß? Jetzt läuft er rein! Sie sind ja wirklich so blöd und laufen da wirklich rein! Sind die blöd? Hahaha! Na, bis dort, hä? Haha! Das habt ihr jetzt ein bisschen schlauer eingeschätzt. Haben wir so ne? Oh! Ey, warum? Warum fängt das wieder mit einmal wieder an zu brennen? Hab ich es dir erlaubt? Nein! Jetzt. Ich komme... Da waren so viele Splice oder wie die heißen. Ich komme... Ich komme... Du schleichst dich herein wie ein Attentäter und versuchst an dich aus dem Staub zu machen wie ein Dieb. Du bist kein Schnüffler von der CIA. Wer bist du? Deshalb bist du hier. Nun gut, es gibt zwei Möglichkeiten mit einem Rätsel umzugehen. Man kann das Geheimnis aufdecken oder es beseitigen. alter was scheiß es hat der alter ist er emotional nein nicht sein ernst ach du scheiße jetzt hat der echt dieses u-boot da hochjagt ach du kacke das hat so gut aus und dann mit einmal wie muss ich jetzt hier der atlas fühlen scheiße das war auf würde auch für mich ziemlich actionreich so normal hier speichern obwohl hier hier kommen wir gerade recht gut durch na wo ich bin nur einmal gestorben und wir sind hier in der neuen area das war eigentlich nur nur bestimmt zwischen area ich bin an diesen ort gekommen um das unmögliche zu zu erbauen du aber bist gekommen um zu stehlen was du niemals selbst hätte verschaffen können sogar die luft die du atmest hast du nur von mir geschnallt nun denn atme tief ein dann kannst du dich später vielleicht an ihren geschmack erinnern also das ist ja eigentlich recht cool so was haben wir hier hier gibt es nicht rein kann ich reingehen gehe zur metro station ja aber das ist ja schön gemacht der teegarten ach ja ist das schön ich mir wird aber trinken ich mir besoffen spielen ja ja spiel nicht so na also das ist ja was ist los was ist jetzt hier los das verschiedene und noch nicht so ganz was dieses gekrisselte immer sein soll bis hier ist irgendwas habe gerade hier eine stimme wir sind es wir waren gerade ich war da mal was ist mit denen los ich kriege angst hey was ist denn los wie bitte was ist auch egal ach da ist der was ist denn das warum explodiert der immer hat der irgendwie lange weile oder so ja ja ich bin echt tot hä ne scheiße WTF Ähm Hä? War ich hier? Ne, hier muss ich lang Alter, was ist denn das für ein Koyote Meine Güte, regt der ihn auf Ach, was wäre ich hier wieder So Aber der ist ja selber Bald tot Na, wo bist du denn? Genbank brauche ich nicht Ich habe gesagt, ich brauche keine Genbank Gott, Gott, Gott Wo bist du? Alter, warte, ich habe die noch Alter, warte, ich Verschwendige, weil die nur meine Munition Geht doch Blöder Idiot Chlorophyllösung Höh, was? Hallo, habe ich das erlaubt? Uh Der war gut Ging dieses schön einfach Da war es nur ein Schuss Dann sind sie weg So, wie hier Zack Und jetzt bin ich tot Und ich merke auch jetzt schon Dass wir Zum Ende sind Ja Bei diesem Part Nämlich der Part 10 Und wir sehen uns dann im Elften Part Adios, muchachos Und ich bleibe jetzt hier mal ein bisschen In der Wiederschamba Denn hier Ist es bei mir immer noch Am liebsten Also bis dahin Euer Schoxweil Ciao Ciao